Beispielhaft, Sie interessieren sich fürs Energiesparen. Das ist genau das richtige Produkt. Aber haben Sie auch schon mal darüber nachgedacht, öfter das Licht auszuschalten? Warten Sie doch, versuchen Sie mal im Dunkeln zu duschen. Schon gewusst, nie wieder hohe Stromrechnungen. Dosten sollten Sie nur mitternachts. Und weniger Steckdosen. Im Sommer vorheizen für den Winter. Meine Mama macht mir immer nur kalten Tee. Lassen Sie uns fortan rückwärts fahren. Ja! Immer den Kühlschrank zulassen. Heizung einpacken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sinnvolle Tipps gibt es bei uns. Einfach, individuell, informativ. Einfach, individuell, informativ.